Österreichs Teamspieler Florian Grilic fällt für die beiden finalen Partien der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina, 15. November in Wien und Nordirland, 18. November in Belfast, aus. Der Hoffenheim-Legionär zog sich am Donnerstagabend im Europa-League-Match in Lyon 2 zu 2 einen Sehnenriss in der mittleren Zehe zu, wie der ÖFB am Freitag mitteilte. Sein Klub geht von einer rund dreiwöchigen Pause für den 23-Jährigen aus. ÖFB-Teamchef Franco Foda will im Laufe des Wochenendes über eine Nachnominierung für den Zentrumsspieler entscheiden. Punkt. Österreich-Kader für die Nations League-Duelle gegen Bosnien und Nordirland Possession-Spieler Tor Heinz Lindner, Siken Stankowitsch, Richard Strebinger-Abwehrer Alexander Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Leiner, Andreas Ulmer, Kevin Wimmer-Mittelfeld, David Aleba, Julian Baumgartlinger, Stefan Il-Sanker, Florian Kainz. Konrad Leiner, Valentino Lazzaro, Marcel Sabitzer, Luis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schöpf, Peter Zulian Griff, Marco Arnautowitsch, Guido Burgstaller, Michael Gregoritsch auf Abruf, Jörg Siebenhandel, Kevin Danso, Philipp Lienhardt, Georg Markreiter, Stefan Posch, Marvin Potzmann, Gernot Tauner, Maximilian Ullmann, Thomas Gollginger, Stefan Hieländer, Thomas Murg, Stefan Schwab, Hannes Wolff, Deni Allah, Lukas Hinterser, Marc Janko, Andreas Weimann, Werbung Werbung Musik Musik Bis zum nächsten Mal.